Wir haben unseren ersten Standardsensor mitgebracht auf Basis unserer Plattformtechnologie, der auf elektroaktiven Polymeren basiert. Wir haben hier eine Industrieelektronik integriert, industrielle Schnittstellen, analoge Kommunikation, digitale Kommunikation, kann man alles als Option wählen und das Besondere ist einfach dieses Sensorelement zur Wegmessung bzw. Dehnungsmessung, die auch in vorzüglichen Sondermaschinen zum Einsatz kommt, aber auch in OEM-Produkten integriert werden kann. In erster Linie natürlich zum Kunden gewinnen, um mit Partnern ins Gespräch zu kommen, um einfach bestehende Kontakte zu pflegen und einfach um diese Technologie jedem zu erklären, damit sie bekannt wird, damit jeder auch von diesen Vorteilen profitieren kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.